Na, dann nimm mal auf. Hier sind auch kleine Waffen, die 1.40, ne? Da kannst du auch richtig auszaubern. Richtig schnell. Über 300 PS. Guck mal. Hi. Muss ich eigentlich die Maske anziehen, ne? Ne, muss ich nicht. Nicht wegen dir, ne. Wegen dem? Nein. Ich bin ja nicht so der Corona-Fan. Ich hab meine erste Impfung schon. Ich lass es wahrscheinlich einfach sein. Ja. Ich bin ja nicht so der Fan von dem ganzen Krempel. So, manuell. ESP ist raus. Ja. Ja. Die Scheiße. Die ist schon gefahren. 15 Sekunden. Sälen kann ich das nicht. Nein. Ich kann das jetzt noch zum Leifenbahn fahren. Wir kriegen aber jetzt die Temperatur. Und mehr und mehr. Die werden die Temperatur gehen. Die werden die Temperatur gehen. Die sind aber nicht so. Das war's. Das ist auch eine Variante, die so bei Kindern abzufahren. Ja, mach ich nicht mal. 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 Das ist für mich eine ganz entspannte Sache, oder? Ja. 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 Ja, BAUGEI! Ja, BAUGEI! Haben wir noch eine? Ja, gerne! Echt? 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 Echt?